hallo meine lieben ich bin es wieder eure crazy silvie und ich möchte euch heute mein neues buch vorstellen was nämlich heute erscheint in dem buch geht es um tücher das steht hier ganz groß drauf und eins von den tüchern habe ich schon um eine sehr sehr leichtes modell mit perlen und ein bisschen glitzer und bling bling wie ihr seht und dieses buch ist kein normales tücher buch denn dieses buch kann mehrere sachen in dem buch erkläre ich euch wie man quer gestrickte dreieckstücher konstruiert und wie die gemacht werden und wie die gestrickt werden welche tipps und tricks und kniffe es beim material gibt quer gestrickte dreieckstücher eignen sich übrigens prima für tücherstrickeinsteiger denn man muss immer nur an einer seite zunehmen und nicht aufpassen dass man in der mitte alle zunahmen macht und eventuell eine vergisst und das macht das buch auch ideal für alle tücherstrickeinsteiger ich erkläre euch wie man die zunahmen macht und wo man die zunahmen macht und warum unterschiedliche zunahmen das tuch auch unterschiedlich aussehen lassen ich erzähle euch auch wie muster einfluss auf die tuchform haben also wie ihr seht offenbare ich euch ganz ganz viele geheimnisse tipps und tricks im mittelteil bekommt ihr insgesamt vier grundmuster und zwölf wunderschöne muster angefangen von rechts links mustern über zopf muster über struktur muster loch muster über mosaik muster oder einfach nur streifen und aus dieser kombination könnt ihr sage und schreibe 288 unterschiedliche tücher zusammensetzen ihr könnt also mit diesem buch selber zum tuchdesigner werden und wer das nicht möchte und er sagt nur ich möchte einfach nur ein schönes tuch von oben nach unten runter stricken für den habe ich natürlich auch was der bekommt im dritten teil des buches zwölf wunderschöne modelle ein modell je tuchform die ich vorstelle es sind nämlich insgesamt sechs tuchformen die hier vorgestellt werden und zwei modelle pro tuchform zeige ich euch am ende des buches und dort bekommt ihr insgesamt zwölf wunderschöne modelle einfach nur zum abstricken ihr könnt also was lernen ihr könnt selber zum tuchdesigner werden oder ihr könnt einfach nur das buch nehmen und euch zwölf schöne tücher stricken schaut doch mal rein gibt es überall im buchhandel und in jeder lokalen buchhandlung und natürlich auch online an allen bekannten stellen selbstverständlich gibt es das auch im crazy schöpfen und dort habe ich für euch ein tücher starter paket zurecht gepackt dort bekommt ihr material für ein ganzes tuch und das könnt ihr euch dann selber mit diesem buch design oder ihr strickt einfach ein modell daraus ich freue mich auf euer feedback schreibt mir gerne in die kommentare wie ihr dieses büchlein findet und wo ihr es findet und dann freue ich mich wenn wir uns im nächsten video wiedersehen natürlich wieder ganz viele tipps und tricks zeige und auch ein paar schöne muster so